Vielen Dank für die Einladung auf diese Tagung. Bestandsschutz oder Nachrüstpflicht? Es gibt hierzu zwei Mythen. Mythos Nummer eins, es gibt ihn. Mythos Nummer zwei, es gibt ihn nicht. Ich werde das in der Zusammenfassung gleich nochmal aufgreifen. Aber so beginnen. Analysieren wir doch mal das Wort Bestandsschutz. Das enthält zwei Wortteile. Bestand und Schutz. Also Sie wollen Ihren Bestand schützen. Das müssen Sie aber nur, wenn einer angreift. Sonst brauchen Sie nichts zu schützen. Also müssen wir den Bestandsschutz in unterschiedlichen Rechtssituationen, und Sie ahnen es, mit unterschiedlichen Ergebnissen prüfen. Ich sehe folgende Rechtssituationen. Erstens, der Staat könnte kommen, übrigens auch die Berufsgenossenschaft, und fordert irgendwelche Nachrüstungen an der Anlage. Das richtet sich immer an den Bauherren, später an den Betreiber, niemals an irgendwelche Dienstleister. Natürlich haben die Dienstleister, wenn sie irgendwas tun, auch ihr Arbeitsschutzrecht zu beachten. Das hat dann auch manchmal zu tun mit Fremdfirmenmanagement, nicht mein Thema. Zweite Situation, also das Thema staatliche Behörden fordern nach, natürlich schon, aber nicht die Dienstleister. Zweite Situation, Nachbarn kommen und fühlen sich gestört. Das ist zu laut, das stinkt zu sehr. Oder bei Warenlogistik, die LKWs, die da anfahren, sind alle zu laut. Das ist unfassbar kompliziert. Damit werden Juristen ihr ganzes Studium gequält. Nachbarschutz, so heißt das. Ich lasse es hier weg. Das machen Sie ohnehin, wenn sowas droht, nicht mehr ohne Juristen. Dritte Situation, irgendeiner verletzt sich an einer Anlage und will Schadensersatz. Jetzt will ich hier ja nur einen Überblick geben. Ich will nur sagen, die Haftung beginnt bei einfacher Fahrlässigkeit. Dieser Spruch, Hauptsache ich bin aus der groben Fahrlässigkeit raus, den müssen wir streichen. Die beginnt bei einfacher Fahrlässigkeit. Dann kann natürlich mal sein, dass es ein Haftungsprivileg gibt, Haftungsbeschränkung bei einem Arbeitsunfall. Und dann können die Leute sich nicht untereinander verklagen und so. Es wird also gleich wieder kompliziert. Aber im Prinzip beginnt die Haftung bei einfacher Fahrlässigkeit. Zu der Gruppe 3 zählt auch, Versicherungen übernehmen den Schaden und wollen das Ersetztverlangen von einem Unternehmen, was nicht nachgerüstet hat zum Beispiel. Also eine Berufsgenossenschaft zum Beispiel, die Sozialversicherungsaufwendungen geleistet hat. Auch bei diesen Rückgriffsansprüchen beginnt die Haftung grundsätzlich bei einfacher Fahrlässigkeit. Da gibt es eben unterschiedliche Rechtsgrundlagen. Es mag auch mal sein, dass es nur bei grober Fahrlässigkeit möglich ist. Ich will Sie damit nicht verwirren. Ich will nur sagen, es wird dann eben teilweise sehr kompliziert, auch bei den Ergebnissen im zivilrechtlichen Bereich, weil wir dann manchmal einfache, manchmal grobe Fahrlässigkeit brauchen. Aber die Grundsätze, die ich herausarbeite, wann nachgerüstet werden muss und wann nicht, die sind natürlich gleich. Vierte Situation, Staatsanwälte kommen nach einem Unfall und wollen bestrafen und sehen, die Anlage ist zu alt, ist alt und halten das für fahrlässige Körperverletzung oder gar Tötung. Ich werde, wie ich angedeutet habe, mich mit 1, 3 und 4 beschäftigen. Nummer 2 lasse ich weg. Ich fange aber noch mal an mit einem Einführungszitat. Mir tut der leid, der da Dienst gehabt hat. Wie so oft mit ein bisschen Geld hätte man das verhindern können. Das hat nach einem Bahnunfall in Eichach ein pensionierter Fahrdienstleiter gesagt. Und in dem Grußwort des Vorstandsvorsitzenden Wirsch ist es ja zum Ausdruck gekommen. Natürlich hat das Thema auch zu tun mit Wirtschaftlichkeit. Und das ist ein unfassbar schwieriges Abwägungsprozedere, inwieweit die Wirtschaftlichkeit eine Rolle spielen kann. Jedenfalls kann sie hierbei auch eine Rolle spielen bei diesem Thema. Die Grundkonstellation, wann überhaupt man mal ein Auge zudrücken kann bei alten Anlagen, ist durch drei Voraussetzungen gekennzeichnet. Wir brauchen ursprünglich legalen, nicht wesentlich geänderten und nach heutigen Maßstäben illegalen Bestand. Ursprünglich legal, wenn der schon ursprünglich nicht legal war, dann können Sie mit Bestandsschutz nicht kommen. Nicht wesentlich geändert, dann ist es ja neu. Also das ist auch nicht mein Thema, wann das der Fall ist. Und dann müssen Sie, weil ja das eine neue Sache, eine neue Maschine geworden ist, durch diese wesentliche Änderung, den Stand der Technik 2021 erfüllen. Und nach heutigen Maßstäben illegal ist eine Voraussetzung, ja, wenn es nach heutigen Maßstäben legal ist, dann brauchen Sie das Argument, Bestandsschutz nicht. Und das sind die drei Voraussetzungen. Halt, das war zu schnell, ich hoffe, ich drücke den richtigen Knopf. Das entscheidende Wort hier ist kann. Der Mythos ist, wenn das drei vorliegt, habe ich Bestandsschutz. Ja, aber da steht bewusst kann. Ob dann wirklich Bestandsschutz gewährt wird, das muss dann noch entschieden werden. Die Frage ist nämlich, ist der Bestand überhaupt noch schützenswert? Und wenn wir also diese drei Grundvoraussetzungen hier nochmal zusammengefasst bejaht haben, dann kommt das Entscheidende, die Interessenabwägung. Ob das jetzt tatsächlich in diesem Einzelfall geschützt wird. Das war eine kurze Zusammenfassung und jetzt ein erster Beispiel aus der Rechtsprechung. Wir haben eine CNC-Drehmaschine 1987 gekauft. Der Bearbeitungsmechanismus löst auch ohne Schutztürverriegelung aus. Sie ahnen, es ist nicht wirklich gut. Es fehlt eine trennende Schutzeinrichtung. 1993 übernimmt der spätere Beklagte, der Betriebsleiter dort, der Betriebsinhaber den Betrieb. Bis 2008 passiert nichts. Dann passiert ein Arbeitsunfall. Eine Arbeitnehmerin greift rein. Keine, was weiß ich, trennende Schutzeinrichtung, wenigstens Lichtschranke, irgendwas. Die Hand ist schwer verletzt. Amtsgericht Tuttlingen verurteilt wegen fahrlässiger Körperverletzung. Lasse ich hier weg. Die Strafurteile sind immer sehr knapp. Die BG verlangt aber die Unfallfolgekosten. Hier brauchen wir jetzt übrigens grobe Fahrlässigkeit, weil es die Unfallfolgekosten vom Betriebsinhaber ersetzt verlangen will. Es gilt also das Haftungsprivileg. Und das Landgericht Rottweil entscheidet. Es muss prüfen, ob wir grobe Fahrlässigkeit haben. Die Definition nur ganz kurz. Es ist ein sehr krasser Pflichtverstoß. Man könnte sagen, voll krass. Das wäre die Definition von grobe Fahrlässigkeit. Etwas salopp, aber so kommt es hin. Sie können natürlich die seriösere lesen. Sie ahnen doch eins. Das bringt nichts, das zu definieren. Das ist eine Wertungsfrage. Wir müssen entscheiden, ist das jetzt wirklich so was von daneben, dass man das nicht mehr unter keinen Umständen akzeptieren kann. Man höre und staune, das Landgericht Rottweil überprüft sogar die Betriebssicherheitsverordnung sehr seriös. Manche Gerichte liegen da sehr daneben mit den Rechtsvorschriften immer und leitet so ein. Die Betriebssicherheitsverordnung regelt elementare Sicherheitspflichten und dann ahnen sie es. Dann kommt es zu der ersten Voraussetzung, dass es eine objektiv schwere Pflichtverletzung ist. Das wird dann auch alles überprüft nach damaligen Vorschriften. Also es fehlen Schutzeinrichtungen und heute wären das natürlich andere Vorschriften, aber ich will ja nicht auf die Details eingehen. Wir haben also einen objektiv schweren Verstoß. Einen Einwand hat der Betriebsinhaber noch. Ich habe doch den Leuten gesagt, nicht zu versuchen, Probleme allein zu beheben. Das ist seine Verteidigung. Das ist nicht wirklich zielführend. Warum? Schönste Äußerung, die ich mal hatte, hier ist an den Fällen nichts schön. Also Sie müssen mir das verzeihen, das sind immer Schwerverletzte oder noch Schlimmeres. Also in schönen Anführungsstrichen. Die schönste Bemerkung, die ich da hatte, das heißt doch eigentlich nur, dass man das zu zweit versuchen soll. Wenn ich es nicht alleine versuchen soll. Also das ist einfach schlichtweg zu wenig, so sagt es das Gericht. Zu unkonkret, das heißt, es ist auch keine Unterweisung. Das heißt ja letztlich nur, ey, passt auf, ist gefährlich. Eigentlich hätte das Gericht das aber viel besser lösen müssen. Nach dem Top-Grundsatz. TOP, technisch, organisatorisch, persönlich. Aber das Gericht löst es immer nach den Kriterien, die es kennt. Und das kennt nicht unbedingt jedes Gericht. Also wenn da eine trennende Schutzeinrichtung einfach hin kann, dann können Sie unterweisen, bis der Arzt kommt. Sie können jeden Morgen eine Stunde den Leuten sagen, greif da nicht rein und so. Es bringt nichts. Also hätte man das eigentlich viel besser mit dem Top-Grundsatz lösen können. Aber okay, wir kommen ja zum selben Ergebnis, reicht nicht. Ist es jetzt auch subjektiv unentschuldbar? Der Betriebsinhaber sagt, 15 Jahre nichts passiert. Das Gericht sagt, 15 Jahre nichts getan. Und das ist hier auch richtig. Weil das so billig ist, so einfach ist. Das heißt aber übrigens nicht, dass wenn 15 Jahre nichts passiert ist, das nicht mal durchaus ein Argument sein kann. Wenn die Abwägung sehr schwer war. Aber hier nicht. Und das war es zu diesem Fall. Ich lasse auch den Schluss weg. Kein Mitverschulden der Arbeitnehmerin, die da lange dran schon arbeitet. Kann man übrigens anders sehen. Ob da nicht ein kleines Mitverschulden mit berücksichtigt werden muss. Ist immer eine schwierige, schwierige Wertungsentscheidung. Jetzt habe ich sie gefoppt. Eigentlich habe ich nur eine Stunde. Und jetzt haben wir fünf Minuten verbraten für einen Fall, der nichts mit Bestandsschutz zu tun hat. Warum nicht? Weil das ursprünglich schon immer so war. Niemals war die Anlage legal. Also können Sie hier mit Bestandsschutz nicht kommen. Mist. Fünf wertvolle Minuten verschwendet für einen nicht relevanten Fall hier. Aber so viel zum Mythos. Viele kommen dann mit Bestandsschutz, der schon deshalb nicht einschlägig ist, weil das niemals legal war. Ich habe zwar drei Situationen herausgearbeitet vorne, die ich beleuchten will. Trotzdem muss ich jetzt wieder eine Vierteilung vornehmen. Warum? Weil das öffentliche Recht, der Staat kommt und fordert Nachrüstungen, wieder zweigeteilt werden muss. Erste Situation, ich habe einen Genehmigungsbescheid. Zweite Situation, ich habe keinen Genehmigungsbescheid. Kein Genehmigungsbescheid heißt übrigens nicht illegal. Es gibt ja verdammt viele Maschinen, die nicht genehmigungsbedürftig sind. Normale Maschine nach Maschinenrichtlinie. Das ist also nicht illegal. Da sind wir eben in der Betriebssicherheitsverordnung. Und dann kommt das Zivilrecht und dann kommt nur noch ein kurzer Fall zum Strafrecht. Strafrecht. Ich fange also an mit dem Bestandsschutz, wenn wir einen Genehmigungsbescheid haben. Und die Grundgenehmigung, die wir kennen, ist die Baugenehmigung. Natürlich gibt es auch mal eine emissionsschutzrechtliche, sonst irgendwas. Die Baugenehmigung. Und hier im Baurecht hat der Bestandsschutz seine eigentliche Rechtsgrundlage. Diese Genehmigung hat nämlich zwei Wirkungen. Erstens, sie gibt den Bau frei. Das heißt also für den, der die bekommen hat, oh Mann, endlich kann ich losgraben. Außer wenn man Elon Musk heißt, der das alles lange macht, bevor er die Genehmigung hat. Das nennt man Risiko. Und also ist ja so nicht verboten. Es war noch nicht bestandskräftig. Gebt den Bau frei. Und die zweite Wirkung ist hier relevant. Alles in Ordnung. Da sagt ja eine Behörde, super, das gefällt uns. Und damit ist das legal. Das ist die Grundlage für den Bestandsschutz im Baurecht. Man nennt das Legalisierungswirkung. Ist eine Bescheinigung, das ist unbedenklich. Alles super, wir sind begeistert. So sagt es dann das Schrifttum. Die Baugenehmigung garantiert den öffentlich-rechtlichen Bestand der baulichen Anlage in den genehmigten Umfang und in der genehmigten Funktion. Und ich kann den grundsätzlich nicht genommen bekommen. Das war jetzt grammatikalisch verkorkst, aber Sie haben geahnt, was ich sagen will. Niemand kann mir den nehmen. Das wäre erst mal die Grundaussage. Jetzt steht hier aber bewusst Grundlage. Und Sie ahnen es doch. Juristische Grundsätze ohne Ausnahme gibt es relativ selten. Was ist also die Ausnahme? Nehmen wir mal die Bayerische Bauordnung. Übrigens eine der ganz wenigen Vorschriften, wo das Wort Bestandsschutz mal im Gesetzestext vorkommt. Da steht in der Bayerischen Bauordnung, bei bestandsgeschützten baulichen Anlagen können Anforderungen gestellt werden, wenn das zur Abwehr von erheblichen Gefahren für Leib und Leben notwendig ist. Da sehen Sie es schon. Selbst im Baurecht, wo der Bestandsschutz am weitesten ist, ist er Ihnen genommen, wenn es um Leben und Gesundheit geht. Wer von Ihnen betreibt seine Anlagen außerhalb von Bayern? Die meisten. Boah, dann haben Sie ja alle Bestandsschutz, oder? Aber Sie ahnen es doch. Das steht doch in jeder Landesbauordnung so. Ich nehme noch mal Hessen dazu. Jetzt hätte ich hier mal für heute Sachsen vorbereiten können. Aber selbst wenn Sie es in Ihrer Bauordnung nicht finden, dann gilt es trotzdem. Das ist ein allgemeiner Rechtsgedanke. Das haben schon Dreefs, Wacke, Vogel, Martens gesagt. Das ist ein Buch, mit dem habe ich noch gelernt. Gefahrenabwehr. Da hatten wir so ein bisschen eine andere Terminologie noch. Das ist anerkannt. Bei Leben und Gesundheit kann ich nachträglich kommen. Auch wenn Sie keine Regelung in Ihrer Landesbauordnung finden. So viel zum Bestandsschutz, wo der am weitesten geht. Im Emissionsschutzrecht, aus Zeitgründen heute hier nicht behandelt, gibt es den schon nicht mehr, weil das Emissionsschutzrecht im Gegensatz zum Baurecht auch Betreiberpflichten enthält, die dauerhaft sind, dynamisch sind. Lassen wir es weg. So sagt es dann ein Gericht, also eher für Ihre Unterlagen. Ich lese jetzt hier nicht alles vor. Dies gilt selbst im Falle einer bestandsgeschützten Nutzung, sagt das OVG Münster, dass ich nachher, wenn Leben und Gesundheit gefährdet sind, mit Auflagen kommen kann. Jetzt ist es immer schlecht, in Vortragsfolien auf eine nächste Folie zu verweisen. Denn genau diesen Verwaltungsgericht Münster-Fall, den habe ich heute rausgestrichen. Den nehme ich eher, wenn es um Brandschutz geht. Das ist ein sehr interessanter Fall zum Brandschutz. Aber der muss heute wegfallen. Das war der Bestandsschutz, wenn Sie einen Genehmigungsbescheid haben. Und schon hier ist er Ihnen genommen. Jetzt ohne Genehmigung. Also die Grundkonstellation der Betriebssicherheitsverordnung, Arbeitsmittel, Maschinen und so weiter. Der Grundsatz ist, jedes betriebsrelevante Gesetz, also das Arbeitsschutzrecht, die Betriebssicherheitsverordnung, gilt ab dem ersten Geltungstag Ende aus. Die Betriebssicherheitsverordnung haben Sie also seit dem 1. Juni 2015 eingehalten, ohne Abstriche. So sieht die Grundsatzlage aus. Und wenn Sie dann nachrüsten müssen, müssen Sie eben nachrüsten. Ausnahmen müssen geregelt werden. Aber das müssen Sie dann regeln. Sonst gilt das ab ersten Tag für alles. Zum Beispiel durch Übergangsfristen, so Nichtanwendungsregeln, wo dann also drinsteht, ich gelte für alle neuen Maschinen, für alle alten niemals. Also sowas kenne ich nicht. Im Emissionsschutzrecht gibt es meistens so Übergangsvorschriften. In der Betriebssicherheitsverordnung gibt es hinten übrigens Übergangsvorschriften für Spezialfälle, Aufzugsanlagen. Die sind aber alle schon abgelaufen, glaube ich, 2020 oder 2021. Und damit haben wir nichts geregelt. Und damit gilt der Grundsatz, dass ich keinen geregelten Bestandsschutz habe. Also jedenfalls steht er nirgendwo. Früher stand er in einem völlig missverstandenen Paragrafen 7 Absatz 2. Das habe ich in einem eigenen Verfahren selbst gemerkt. Ich habe mich natürlich auf ihn berufen, kannte aber schon die Grenzen. Der ist gut, dass der gestrichen war. Der wurde völlig fehlinterpretiert. Lohnt auch nicht mehr darüber nachzudenken, weil es ihn nicht mehr gibt. Es gibt eben heute keine Grundsatzregelung mehr zum Bestandsschutz. Und wichtig zum Verständnis der weiteren Ergebnisse. Es gibt einen neuen Grundansatz in der Betriebssicherheitsverordnung. So wird er jedenfalls in der Begründung bezeichnet. Aber so neu ist er gar nicht mehr. Der ist nur noch konsequenter verfolgt. Der Grundansatz wird so bezeichnet. Die materiellen Anforderungen werden als Schutzziele formuliert. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die materiellen Anforderungen nicht so lauten. Nachher erstens, zweitens und drittens. Punkt. Sondern die Anforderungen lauten heute, denke selber darüber nach, was du machen musst. Und dann entscheide, ob du tun musst. Erstens, zweitens oder drittens. Vielleicht auch und. Und vielleicht auch noch fünftens und siebtens. Stichwort Gefährdungsbeurteilung. So, das ist natürlich recht kompliziert formuliert. Aber so ist der Grundansatz. Und dann lobt sich die Betriebssicherheitsverordnung im Gesetzentwurf selber. Damit geben wir Ihnen doch viel Flexibilität. Was bedeutet aber auch viel Flexibilität? Viel Unsicherheit. Eigenverantwortung. Aber bitte, das können Sie natürlich von dem Verordnungsgeber nicht erwarten, dass er das dazuschreibt. Natürlich könnte er dazuschreiben in der Begründung, damit gebe ich Ihnen auch Rechtsunsicherheit mit. Aber das ist doch die logische Konsequenz, wenn Sie Flexibilität haben. Dass man dann eben selber beurteilen muss und daneben liegen kann. Das ist die logische Konsequenz. Mit diesem Vorwissen können wir uns an die Ergebnisse des Bestandsschutzes nach Betriebssicherheitsverordnung machen. Geregelt gibt es ihn ja nicht. Zunächst aber erst nochmal der größte Witz in der Begründung der Betriebssicherheitsverordnung in der Bundesratsdrucksache. Das ist wirklich ein Witz. Da schreibt also diese Begründung, durch die Vorgabe von Schutzzielen, also materielle Anforderungen als Schutzziele, ist das Bestandsschutzproblem bei älteren Arbeitsmitteln gelöst. Und es entsteht für den Arbeitgeber Rechtssicherheit hinsichtlich des Bestandsschutzes. Wo ist denn Ihre Rechtssicherheit? Sie müssen diese Aussage von der Aussage, die Sie sich wünschen, trennen. Sie wünschen sich als Unternehmer eine Aussage zum Bestandsschutz Ihrer konkreten Anlage. Die meinen das Prinzip. Und mit diesem Prinzip haben Sie ja recht. Wie ist die Rechtssicherheit? Sie haben keinen geregelten. Punkt. Ich weiß nicht, ob das so gemeint war. Jedenfalls ist das schon eher beschönigend, muss man sagen. Das ist beschönigende Sprache. Will ich aber übrigens dem Gesetz, dem Verordnungsgeber hier nicht vorwerfen. Ich hätte es vielleicht so nicht formuliert, weil das ersichtlich von vielen missverstanden wird. Selbstverständlich kann der Verordnungsgeber Ihnen nicht für Ihre konkrete Anlage Bestandsschutz geben. Rechtssicherheit. Das ist auch so nicht gemeint. Das Prinzip ist klar. Es gibt ihn nicht geregelt. Wie ist jetzt das Prinzip? Wir haben eben keinen ausdrücklich geregelten. Der alte Paragraf 7 ist ja gestrichen. Und dann stellt die Bundesratsdrucksache nochmal klar. Ich gelte für alle alten und neuen Arbeitsmittel. Ausnahmslos. Es gibt also keine Festfrierung auf einen bestimmten Stand der Technik. Es gibt keinen geregelten Bestandsschutz. Wäre dann also das Ergebnis kein Bestandsschutz? Nein, das ist auch falsch. Denn wann haben Sie Bestandsschutz? Sie haben Bestandsschutz, wenn Sie in Ihrer Gefährdungsbeurteilung zu dem Ergebnis kommen, dass Sie Bestandsschutz haben. Dass das dann angegriffen werden kann, ist klar. Aber so ist es gemeint. Sie müssen selber darüber nachdenken, ob Sie eine alte Anlage auf Ihre Mitarbeiter noch loslassen können. So sagt es die Bundesratsdrucksache. Alles aber übrigens in der Bundesratsdrucksache, die ja kein Mensch liest. Also jedenfalls nicht viele. Hätte man schon mal vielleicht auch irgendwo vielleicht eher so in die Verordnung, weiß nicht, ein bisschen überfrachtet dann. Der Arbeitgeber muss selbst entscheiden, im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung, ob Nachrüstmaßnahmen erforderlich sind. Also wieder in anderen Worten, ich habe Bestandsschutz im Rahmen der erforderlichen Nachrüstmaßnahmen. Die aber nicht zwingend, dass Arbeitsmittel auf den aktuellen Stand der Technik in aller Situation hieven müssen. Denn sonst hätten wir ja nie Bestandsschutz. Dann können Sie es ja gleich vergessen. Sondern es gibt dann die Möglichkeit, sicher mehr Abstufungen als die, die ich mache. Es gibt die Möglichkeit, Sie haben eine alte Anlage. Und Sie kommen in Ihrer Gefährdungsbeurteilung zum Ergebnis, es ist Hopfen und Malz verloren. Ich verschorte. Kann mal ein mögliches und zwingendes Ergebnis sein, oder? Dann gibt es eine alte Anlage, wo Sie zu dem Ergebnis kommen, kann ich weiter betreiben, ohne jede zusätzliche Schutzmaßnahme. Möglich, aber vielleicht nicht so wahrscheinlich. Und da gibt es natürlich dazwischen unfassbar viele Abstufungen. Dass man sagt, Sie haben eine alte Anlage, die würde heute so nicht verkauft werden dürfen. Aber mit den zwei Schutzmaßnahmen, hier, da eine trennende Schutzeinrichtung oder irgendwie sowas, kann ich das noch weiter betreiben. Kann eine Gefährdungsbeurteilung als Ergebnis enthalten. Und so fasst es nochmal die Bundesratsdrucksache zusammen. Wirklich gut alles zusammengefasst. Die Schutzziele der Verordnung sind in jedem Fall einzuhalten. Dies kann jedoch bei älteren Arbeitsmitteln auch durch ergänzende Maßnahmen sichergestellt werden. So dass sie nicht zwingend aussortiert werden müssen. Ich glaube, ich muss nicht betonen, dass das eine unfassbar schwierige Wertungsfrage ist. Wo auch die Wirtschaftlichkeit eine Rolle spielen kann. Nicht plump, aber auch. Denn wenn das nicht der Fall wäre, so meine These, müssten wir halb Deutschland schließen. Mindestens halb Deutschland. Also wäre das Ergebnis, es gibt keinen starr gesetzlich geregelten Bestandsschutz. Sondern er ist in der seriösen Gefährdungsbeurteilung, da liegt er drin. In dieser Interessenabwägung, die ich vorne schon erwähnt habe. Jetzt können wir uns der Sache des Bestandsschutzes auch mit einem anderen Begriff nähern. Aber Sie ahnen es, wir kommen zum selben Ergebnis. Stand der Technik. Bevor ich sage, was das ist, wo gilt er überhaupt? An vier Stellen in der Betriebssicherheitsverordnung kommt er vor. Sie können per Suchfunktion gucken. Ich finde es nicht an mehr Stellen. Bei der Gefährdungsbeurteilung. Und da steht, die Gefährdungsbeurteilung ist regelmäßig zu überprüfen, dabei ist der Stand der Technik zu berücksichtigen. Juristen haben ein ganz klares Verständnis von berücksichtigen. Immer wenn ich sage, ganz klar, ist das, niemand weicht ab. Keiner hat ein anderes Verständnis. Also ich vertrete hier keine Mindermeinung. Was heißt berücksichtigen? Berücksichtigen heißt, lesen, zur Kenntnis nehmen, weg damit. Wenn ich mich das traue. Es ist eben nicht zwingend, wenn der Gesetzgeber etwas zwingend angewendet haben, wissen will, schreibt er beachten oder muss umsetzen oder sowas. Berücksichtigen heißt nicht zwingend umzusetzen. Hat das Amtsgericht Offenbach in einem bitteren Fall, den ich aber jetzt nicht bespreche, sehr gut erkannt. Man muss wenigstens wissen, was der Stand der Technik ist. Und der, der da geprüft hat, der hatte keine Ahnung vom Stand der Technik, bevor man sich für oder gegen eine der zur Verfügung stehenden Methoden entscheidet. Also aufarbeiten, darüber nachdenken. Und jedenfalls, wenn es hier übrigens anders stehen würde, hätten wir ja im Ergebnis schon wieder null Bestandsschutz. Sie müssen es ja zwingend in Ihrer Gefährdungsbeurteilung alles eins zu eins beachten und umsetzen. Dann steht der Stand der Technik auch noch an einer anderen Stelle zu den Schutzmaßnahmen. Sie müssen nach dem Stand der Technik getroffen werden, steht da. Jetzt habe ich keine Gnade. Wenn da steht, Sie müssen nach dem Stand der Technik Schutzmaßnahmen treffen, heißt das, Sie müssen nach dem Stand der Technik Schutzmaßnahmen treffen. Das heißt also, die Schutzmaßnahmen müssen dem Stand der Technik entsprechen. Punkt aus. Keine Diskussion. Aber bitte genau lesen. Was muss dem Stand der Technik entsprechen? Die Schutzmaßnahmen, nicht das Arbeitsmittel. Das ist eine feinsinnige Differenzierung, aber die Bundesratsdrucksache sagt es auch. Nicht zwingend steckt da drin, dass die Arbeitsmittel selbst dem Stand der Technik entsprechen müssen. Und dann gibt es noch, das ist allerdings sehr schwierig jetzt einzuordnen, erläutert gut in der Bundesratsdrucksache, aber man kann das missverstehen, auch die Verwendung der Arbeitsmittel muss nach dem Stand der Technik sicher sein. Jetzt könnte man ja sagen, okay, dann muss das Arbeitsmittel dem Stand der Technik entsprechen. Nein, genau lesen. Die Verwendung muss nach dem Stand der Technik sicher sein. Und wieder dasselbe Ergebnis, auch wenn das fast Wortklauberei und rabulistisch ist, das da anders hinein zu interpretieren. Aber so ist es gemeint, gedeckt von jedem, der sich dazu äußert. Insgesamt muss das dem Stand der Technik entsprechen. Das heißt aber nicht, dass jedes Arbeitsmittel immer auf den aktuellen Stand der Technik nachgerüstet werden muss. Alle, die sich dazu äußern, Grundlage, Bundesratsdrucksache, sind sich einig. Und schließlich noch bei Montage, Instandhaltung, Prüfung. Bitte danach nach dem Stand der Technik sicher durchführen. Jetzt habe ich keine Gnade. Diese Maßnahmen, die interessieren jetzt hier nicht weiter, die müssen Sie in sich nach dem Stand der Technik durchführen. Also, wir haben keine, in diesem Stand der Technik, keine Äußerung, dass immer alles auf den Stand der Technik nachgerüstet werden muss. Was ist der Stand der Technik? In der Betriebssicherheitsverordnung jetzt, seit 2015 definiert, aber das sind alte Definitionen, die vorher schon im Emissionsschutzgesetz und sonst wo waren. Ich will nur eins betonen, ohne es ganz vorzulesen. Fortschrittlich steht da. Nicht rückschrittlich und noch nicht mal mittelschrittlich. Fortschrittlich. Das soll zum Ausdruck bringen, oh Mann, das ist schon ein hoher Sicherheitsstandard. Wir haben ja in Deutschland drei, jedenfalls vom Bundesverfassungsgericht so herausgearbeitet, anerkannte Regeln der Technik. Überwiegend im Baurecht, wo die Dynamik nicht so groß ist. Stand der Technik, hier bei uns relevant, wo die Dynamik schon etwas größer ist. Und Stand von Wissenschaft und Technik. Das fordert der Gesetzgeber bei den Dingen, wo es die meisten Gefahren sieht, Atomrecht, Gentechnikrecht zum Beispiel. Wir sind also in der mittleren Stufe, wenn man so sagen will, aber mittlere Stufe heißt eben doch ziemlich fortschrittlich. Da müssen Sie an die Front der technischen Entwicklung, sagt mal das Bundesverfassungsgericht, sehr kriegerisch. Sie müssen in die Meinungsstreitigkeiten einsteigen. Das ist eben nicht so, wie die anerkannten Regeln der Technik, alles so schön, wie wir es gehabt haben, so in den letzten Jahrzehnten. Das Landgericht Bonn hat mal gesagt, fast schon weinerlich. Sie hören, wie die da so verzweifeln. Ja, aber das ist doch alles so unbestimmt. Was soll ich denn jetzt tun, sagt das Landgericht Bonn. Und das sagen Sie natürlich auch. Und dann kommen natürlich die technischen Regeln ins Spiel. Natürlich auch DIN-Normen und so weiter und so weiter, die das alles konkretisieren. Und diese technischen Regeln hat der Arbeitgeber zu berücksichtigen. Sie wissen, was berücksichtigen heißt. Lesen, zur Kenntnis nehmen, darüber nachdenken und weg. Oh, Entschuldigung, ich bin ja jetzt selber in einem Unterausschuss des ABS dabei. Meine Schwester, die im AGS sitzt, Gefahrstoffe, die wird mich, immer wenn sie das hört, entsetzt. Und ich darf dann ein Jahr sie nicht besuchen. Also so ist es aber. Es kommt eben nicht vom Staat. Sie haben übrigens mich nicht in diesen Ausschuss gewählt. Dahinter steckt Demokratieprinzip. Die Leute können keine zwingenden Regeln erlassen. Aber die haben natürlich eine verdammt hohe Bedeutung. Da habe ich ein ganzes Buch drüber geschrieben, über die rechtliche Bedeutung dieser technischen Normen als Sicherheitsmaßstab. Ich finde recht überzeugend. Meine Schwester ist nicht überzeugt. Mit diesem Wissen können wir jetzt uns nochmal einer Grundaussage zur Bestandsschutz- oder Nachrüstpflicht nähern. Dass diese LASI-Leitlinien alt sind zur alten Betriebssicherheitsverordnung, ist egal. Die zitiere ich deshalb, weil mal irgendwann nach einer Tagung auf mich zukam, ja, aber da steht doch drin, dass ich nicht nachrüsten muss. In den LASI-Leitlinien. Und ich sagte, mhm, ah, interessant. Hatte die aber wohl nicht gelesen in dem Augenblick und hatte das nicht auf dem Schirm. Und jetzt gucken wir uns mal, was er gelesen hat und wie das zu verstehen ist. Da steht, durch die Betriebssicherheitsverordnung werden grundsätzlich keine Nachrüstforderungen erhoben. Insoweit hat er erstmal nicht schlecht zitiert. Aber er übersieht ein Wort. Grundsätzlich. Und im Übrigen übersieht er, dass da kein Punkt steht, sondern ein Komma. Aber wir Menschen lesen doch grundsätzlich nur das, was wir uns wünschen. Das ist nicht gut formuliert. Ich würde so nicht formulieren. Danach liest kein Mensch weiter. Was steht da? Durch die Betriebssicherheitsverordnung werden grundsätzlich keine Nachrüstforderungen erhoben, sofern die Gefährdungsbeurteilung nichts anderes ergibt. Also das hat aber ja keiner mehr gelesen damals. Und damit hatten wir schon damals das genau gleiche Ergebnis wie heute. Es muss also immer eine Gefährdungsbeurteilung gemacht werden. Also jetzt Anhang 1 nicht mehr, bitte. Das muss man jetzt natürlich aktualisieren. Ich habe es auf den damaligen Stand gelassen. Und dann sagte mal das Verwaltungsgericht Regensburg, im Kern eine bestehende Pflicht zur Nachrüstung kann man auch kritisieren. Nein, im Kern gibt es die nicht. Im Kern gibt es eine verdammt schwierige Interessenabwägung. Und es gibt im Kern weder einen Bestandsschutz noch im Kern eine Nachrüstpflicht. Das muss man übrigens auch sagen. Es ist keine Nachrüstpflicht irgendwo geregelt. Vorsicht, wir bewegen uns ja hier im öffentlichen Recht. Und öffentliches Recht heißt, der Staat kommt mit Anforderungen auf sie zu und setzt die Betriebssicherheitsverordnung um. Oder die Berufsgenossenschaft. Dass im Zivil- und Strafrecht die Uhren anders ticken, dazu kommen wir gleich. Und das sagt die TRBS 1001 auch ganz hervorragend. Bitte, das hat kein Jurist formuliert. Bitte werfen Sie das entscheidende Wort nicht den Juristen vor, dass die immer wieder alles so ungenau sagen. Und da steht, die Erfüllung der Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung ist eine Grundvoraussetzung. Ist ja klar. Wenn Sie die nicht eingehalten haben, sieht die Lage nicht gut aus. Aber es kann eben sein, erforderlichenfalls, dass Sie mehr tun müssen. Ich weiß, dass Sie sich aufregen über das Wort erforderlichenfalls. Ja, wann denn jetzt? Aber damit überfordern Sie doch diesen Ausschuss. Der kann doch jetzt nicht sagen, wann das erforderlich ist. Das wäre eine Doktorarbeit. Da können Sie verdammt viel drüber schreiben. Ich habe ja ein Buch drüber geschrieben. Und ich kann nur sagen, das ist goldrichtig, was da steht. Und das kann man keinem vorwerfen, dass das da so steht. Auch wenn es völlig ungenau ist. Das war die Überleitung zum Zivil- und Strafrecht, obwohl ich noch einen Fall zur Betriebssicherheitsverordnung habe. Ich will Ihnen nur schon mal entgegenwerfen, dieses erforderlich würden Juristen so ausdrücken. Wenn es nämlich erforderlich ist, dann fordert das die Sorgfalt. Und die Sorgfalt ist nicht fahrlässig. Und wenn Sie nicht sorgfältig sind, ist es fahrlässig. Und das werft man dann vor. Also würden wir das so übersetzen. Oder auch mit dem Begriff Verkehrssicherungspflicht. Kennen Sie wahrscheinlich, das ist so ein Allerweltsbegriff. Und lautet, tun Sie alles Mögliche und Zumutbare, um Schäden zu verhindern. Ich komme darauf gleich bei einigen Beispielsfällen. Möglich ist das in den meisten Fällen. Viel ist es noch nicht technisch möglich. Die entscheidende Frage liegt also, ist es zumutbar. Und damit sind wir wieder bei der Interessenabwägung und der Gefährdungsbeurteilung. Jetzt aber, bevor ich zum Zivil- und Strafrecht komme, noch ein Abschlussfall, damit Sie auch mir glauben, dass es alles nicht theoretisch ist. Wir haben einen Packhausaufzug. Dieser Packhausaufzug ist aus dem Jahre 1989. entspricht im Jahre 2010 nicht mehr dem Stand der Technik. Keine Lichtschranke und was weiß ich. Stehen da so ein paar Dinge, die hat der Aufzug nicht. Eine Dame geht aus dem Aufzug raus, beziehungsweise will rausgehen. Der Aufzug stoppte 40 Zentimeter über Bodenniveau. Sie fällt raus, verletzt sich, verklagt den Parkhausbetreiber auf Schadensersatz. Landgericht Frankfurt und OLG Frankfurt sehen die Sache identisch. Die Klage wird abgewiesen, aus zwei Gründen. Erstens, hier nicht relevant, aber durchaus interessant, der Betreiber hat haftungsbefreiend die Instandhaltungspflicht auf einen Dienstleister übertragen. Und da sagen viele, Sie können doch nicht haftungsbefreiend eine Pflicht übertragen. Da kann ich sagen, das kommt milliardenfach vor. Es muss nur bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Und Sie ahnen es. Ich muss ein ordentliches Unternehmen auswählen, das ich auch in bestimmten Situationen überprüfe. Und ich muss dem vorgeben, was es zu tun hat. Und so ein paar Dinge sind da zu beachten. Und es gibt tausende Urteile, die das bestätigen. Und natürlich können Sie Pflichten haftungsbefreiend übertragen. Selbstverständlich. Viele Mythen gibt es da übrigens auch in diesem Bereich. Aber das interessiert uns hier nicht. Zweiter Punkt. Der Aufzug ist zwar alt, würde so heute nicht mehr hergestellt werden oder eingebaut werden dürfen, aber er genießt Bestandsschutz. Er ist insgesamt noch sicher genug. Wenn das Urteil nicht so ergehen würde, dann müssten wir, ich würde sagen, 40 Prozent aller Aufzüge schließen. Das kann man nur so schätzen. Und das ist eine Bestätigung des Bestandsschutzes, äußerst ausführlich begründet. Sogar mit dem Wort Amortisation. Da muss ich jetzt mal im Lexikon nachgucken, was das heißt. Da sagt das Gericht, na gut, also ich meine, wenn ich alles immer nachrüsten müsse, dann amortisiert sich das nicht, was ich da investiere. Die Wirtschaftlichkeit ist also angesprochen worden. Das ist ein Beispiel, wo Bestandsschutz gewährt wird. Aber bitte, Vorsicht natürlich. In diesem Fall ja vielleicht durchaus verständlich. Übrigens, das Gericht prüft auch, aber damit löse ich mich jetzt vom eigentlichen Thema, wie oft ist denn das schon vorgekommen? Denn wenn das mehrmals vorgekommen ist, dann haben Sie andere Rechtsgründe, die Sie dazu zwingen, mal darüber nachzudenken und noch alles in Ordnung ist. Aber es kam nicht vorher vor, jedenfalls nicht beweisbar. Und damit war das das erste Mal und genießt Bestandsschutz. Und sogar die Betriebssicherheitsverordnung, oder damals war der Übergang Aufzugsverordnung, Betriebssicherheitsverordnung, aber beides wird zitiert, wird herangeführt und damit ist das eine Bestätigung der oben gefundenen Ergebnisse. Jetzt das Zivilrecht. Und das ist natürlich extrem schwierig, weil wir viele, viele Regelungen haben. Ich kann nur die Grundvorschrift, die in den meisten Fällen einschlägig ist, hier anführen. Da wird dann auch der Begriff Verkehrssicherungspflicht angedockt. 823 BGB. Mann ist der wichtig. Es steht nur leider nichts drin. Da steht drin, schädige niemanden. Das wussten übrigens die Römer schon vor 2000 Jahren. Nehmen, nehmen, niemanden, lädere, lädieren. Das ist ein allgemeiner Rechtsgrundsatz, der in jeder Rechtsordnung der Welt gelten wird. Gut, weiß ich nicht so recht. Ich kenne im Wesentlichen nur eine und die auch nur beschränkt. Aber das ist nicht anders vorstellbar. Und der entscheidende Begriff ist eben fahrlässig. Fahrlässig ist unsorgfältig. Und dann muss man also prüfen, mit dieser Interessenabwägung war das unsorgfältig. Mit dieser leider sehr ungenauen Formel ist das möglich und zumutbar, den Schaden zu verhindern. Möglich wäre das bei dem Aufzugsfall doch gewesen, oder? Ist doch klar. Können Sie doch alles perfekt machen. Und dann ist immer die entscheidende Frage die Zumutbarkeit. Jetzt können wir mit diesem Wissen zwei Fälle bearbeiten. Ja, ich weiß, Sie betreiben keine Spielplätze. Aber es geht ja um Prinzipien. Und ich nehme mal zur Einleitung diesen Fall. Wir haben eine Rutsche auf einem Spielplatz 1964 errichtet. Ohne seitliche Absturzeinrichtungen und einige Dinge sind nicht so wirklich schön. Im Jahre 1976 ergeht eine neue DIN, die diese Rutsche nicht erfüllt. Im Jahre 1985 verletzt sich ein Junge und verklagt den Spielplatzbetreiber. Und der Spielplatzbetreiber verteidigt sich mit dem Wort Bestandsschutz. 1964 war das doch alles nicht gefordert. Und der Bestandsschutz ist hier so fernliegend, dass es noch nicht mal diskutiert wird. Nur angedeutet wird. Ganz zart. Der Betreiber wird verurteilt. Diese DIN-Normen ist ein anderes Thema. Die sind natürlich nicht zwingend. Sie wissen es. Demokratie-Prinzip. Sondern werden herangezogen nach schwierigen Kriterien. Aber im Prinzip wird ja gesagt, das, was da drin steht, ist eben das, was Sie tun müssen. Und das war auch so hier. Bestandsschutz wird nicht erwähnt. Es wird nur erwähnt. Naja, es könnte ja vielleicht eine Übergangsfrist geben, wo man mal vielleicht so gnadenmäßig die Augen zudrückt, wenn so eine neue Norm ergeht. Und das deutet der BGH nur an. Und sagt, muss ich nicht lösen. Warum? Jedenfalls würde die Übergangsfrist nicht neun Jahre sein. Das ist zu lang. Und damit musste der BGH die Rechtsfrage damals nicht entscheiden. Heute ist sie aber entschieden. BGH 2010. Wir haben eine Glastür in einer Bank, in der Sparkasse im Bahnhof Traunstein. Eine Dame geht aus der, alles, die Glastüren sind 1996 da eingebaut worden, entsprachen den damaligen Vorschriften. Im Jahre 2005, Dezember, ergeht eine neue DIN, automatische Türsysteme, wo bestimmte Dinge drinstehen, die diese Tür nicht hat. Im Oktober 2006, neun Monate später, zehn Monate später, geht eine Dame aus dieser Bank heraus, die Tür schließt zu schnell, sie ist verletzt, sie verklagt die Bank. Wieder ein 823 BGB-Fall, wie meistens. Wieder die Frage, ist es möglich und zumutbar, den Schaden zu verhindern? Wäre es möglich gewesen, den Schaden zu verhindern? Ja, selbstverständlich. Das gab es doch wahrscheinlich schon seit 1996, diese ganzen Dinge da. Die standen nur nicht in der Norm. Ist es auch zumutbar, diese Frage muss jetzt beantwortet werden? Und die ist entscheidend für die Frage, ob ich nachrüsten muss oder nicht. Der BGH beginnt mit den Worten, bla bla bla, bla bla. Wollen Sie das hören? Da schrie schon mal jemand, nein. Sie müssen natürlich jetzt rufen, ja, das wollen Sie alles hören. Also an der Hochschule, wird da gnadenlos geschrieben? Nein, will ich nicht hören. Da sagt der BGH, welche Sicherheit und welcher Gefahrenschutz im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten ist, richtet sich nicht ausschließlich nach den modernsten Erkenntnissen im neuesten Stand der Technik. Da sehen Sie, Bestandsschutz liegt in dem Satz drin. Ist möglich. Es kommt vielmehr maßgeblich auch auf die Art der Gefahrenquelle an. Je größer die Gefahr, desto mehr muss ich tun. Je kleiner die Gefahr, desto weniger. Und so weiter. Da würden wir doch sagen, Wahnsinn. Das ist doch alles super, oder? Das finden wir auch. Da ist nichts dran zu kritisieren. Hört sich alles hervorragend an. Nur der Fall ist damit nicht gelöst. Jedes Gericht schreibt das voneinander ab. Alles Plagiate. Und das sind eben die einleitenden Worte. Jetzt kommt aber der entscheidende Satz. Entschuldigung. Erst gegen... Ich darf nicht zu viel verraten. Amtsgericht Bad Kissingen. Praktisch identisch der Fall. Da war es ein Supermarkt in Bad Kissingen. Und eine Dame geht aus der Tür raus. Der Unfall war auch um denselben Zeitraum. Also ich meine, es war August oder September sogar ein bisschen früher. Und sie verklagt den Supermarkt. Und das Amtsgericht Kissingen verurteilt den Supermarkt zum Schadensersatz. Bestandsschutz wird noch nicht mal erwähnt. Dann sagt das Gericht wortwörtlich, die Norm ist in Kraft. Jetzt macht doch mal. Bestandsschutz nicht erwähnt. Ist so gesehen ein schlechtes Urteil. Hat die entscheidende Frage nicht erkannt. Also ich meine von der Begründung her schlicht. Nicht vom Ergebnis. Von der Begründung her schlicht. Hat das Problem nicht erkannt. Jetzt aber hier. Übrigens, alle sehen es gleich. Amtsgericht Bad Traunstein. Nicht Bad. Amtsgericht Traunstein. Landgericht Traunstein. Und BGH. Alle sehen es gleich. Und ich nehme es vorweg. Gewähren Bestandsschutz. Anders als Bad Kissingen. Tja, wäre der Supermarkt mal hier in Berufung gegangen. Dann hätte er auch profitiert vom Urteil des BGH. Das war aber dann da schon bestandskräftig. Was spricht dagegen, dass es sinnvoll ist, für den Supermarkt in Berufung zu gehen? Alles. Die einzigen, die daran verdienen, sind die Anwälte. Also solche Klagen bringen nicht viel. Also es wird meines Erachtens viel zu viel geklagt. Und das sollte man anders lösen. Jetzt der entscheidende Satz aus dem BGH-Urteil. Soweit es sich um Gefahren handelt, die nicht so schwerwiegend sind und für den Verkehr am Allgemeinen erkennbar und mit zumutbarer Sorgfalt von Vorsicht beherrschbar sind, kann dem Verkehrssicherungspflichtigen, das ist die Bank, im Einzelfall jedenfalls eine angemessene Übergangsfrist zuzubilligen sein. Jetzt müssen wir entscheiden, sind wir innerhalb der Übergangsfrist, ja oder nein. Zehn Monate. Schwierig. Ich habe eine Lösung. Banken, für die ist die Übergangsfrist schon abgelaufen, mit denen haben wir kein Mitleid. Aber Handel und Warenlogistik, die müssen eine Übergangsfrist bekommen. Einverstanden? Leider nur gleichheitswidrig. Also jetzt, bitte streichen Sie das aus dem Protokoll. Das habe ich nicht gesagt. Wir müssen jetzt entscheiden, Übergangsfrist, ja oder nein. Und das Gericht sagt, ja, jedenfalls ein Jahr, die Bank muss nicht zahlen. Die Dame kriegt keinen Schadensersatz. Ja? Ja, dann müsste man darüber nachdenken. Dann müsste man, also jedenfalls ist alles relevant bei dieser Frage. Dann mag es auch vielleicht mal zwei Jahre sein. Also jedenfalls muss ja das Gericht hier nicht die Zwei-Jahres-Frage beantworten, sondern es muss nur beantworten, zehn Monate, Übergangsfrist, ja oder nein. Und sagt, zehn Monate, es hätte sich eigentlich darauf beschränken können, zu sagen, zehn Monate, ja. Sagt aber ein Jahr. Und jetzt habe ich einen guten Tipp für Sie. Es ergeht eine neue Norm. Sie sagen, Wiedervorlage ein Jahr, bis dahin tue ich nichts. Gute Empfehlung? Schlechte Empfehlung. Warum? Sie müssen erst mal diesen Satz genau lesen. Da stecken vier Hasenfüße drin. Erstens. Gefahren, die nicht, soweit es sich um Gefahren handelt, die nicht so schwerwiegend sind. Da sind Sie schon mit einigen raus, oder? Kann, nicht muss. Das ist eben eine schwierige Interessenabwägung, wo viel eine Rolle spielt. Was weiß ich, auch die Zeit, die Kosten und so weiter und so weiter. Wie viele Leute da sind, wie viele Vorfälle, alles spielt eine Rolle. Im Einzelfall, ja, aber nicht in Ihrem. Das ist ja ein Einzelfallurteil. Eine angemessene Übergangsfrist, die kann aber auch mal kürzer sein. Vielleicht auch gleich null. Überhaupt kein Bestandsschutz. Und damit haben wir den Salat. Das können wir nicht missverstehen. Ich habe in der Zeitschrift Qualität und Zuverlässigkeit die Überschrift gesehen. Zu diesem Fall BGH statuiert ein Jahr Übergangsfrist bei Normanwendungen. Also das ist zwar eine spannende Überschrift, ist aber grottenfalsch. Ich wähle übrigens in meinen Texten immer eine richtige Überschrift. Die ist nur leider langweilig. Deshalb liest das dann keiner. Aber jedenfalls ist das einfach falsch, das zu schreiben. Das hat der BGH nicht gesagt. Ergebnis ist also, wir haben einen zeitlich begrenzten Bestandsschutz durch eine Anpassungsfrist. Aber nur die Möglichkeit, dass im Rahmen eines Gnadenurteils, im Rahmen dieser ganz schwierigen Interessenabwägung ein Gericht zum Ergebnis kommt, okay, wir drücken noch mal ein Auge zu. Und das sagt der BGH dann auch noch mal, bitte, das lässt sich nicht generell beantworten. Wir haben hier keine allgemeine Regel aufgestellt, sondern das Entscheidende liegt in der Verkehrssicherungspflicht, beziehungsweise, wenn wir hier aus Arbeitsschutzbegriffen denken, in den Begriff Gefährdungsbeurteilung. So sagt es das OLG Düsseldorf mal zu einem Ladengeschäft. Wer betreibt, muss sich auch vergewissern, dass sie den jeweiligen nicht oder den früheren DIN-Vorschriften entsprechen. Vergewissern und dann entscheiden, muss ich nachrüsten, ja oder nein. Also nicht missverstehen, das ist ein sehr wachsweicher, unglaublich weicher Satz, der da steht und bestätigt unser Ergebnis, schwierige Interessenabwägung. Und damit habe ich noch einen letzten Fall zum Strafrecht. Ich sehe übrigens, dass ich hier dann heute ja sogar viel früher als sonst fertig bin, aber dann können Sie ja umso mehr fragen. Also ich hätte natürlich noch viel mehr einbauen können hier. Ich wähle keinen Arbeitsschutzfall, sondern ich wähle den Fall, wo es geht um diesen Brunnen in Steinheim, wo bis 1938 diese Gitterstäbe davor waren. Sie ahnen es, warum die 1938 wegkamen. Ich weiß es bei diesem Brunnen nicht, aber ab 1937 wurde alles Stahl und alles für Kriegsgerät Verwertbares einkassiert, möglicherweise. So sieht der Brunnen heute aus. Naja, so ganz aktuell ist das Bild nicht, oder? Wer von Ihnen fährt diesen Wagen hier? Ich will nur sehen, will nur klar machen, die Höhe hier, dass Sie das mal sehen, auch noch nicht so brandneu, das Bild, das ist schon etwas neuer. Dies hier ist wahrscheinlich das neueste, heute Denkmalgeschütz, spielt aber keine Rolle. Der Denkmalschutz ist wenige Wochen vor dem Unfall sozusagen begonnen, der gleich besprochen wird, spielt aber für den Fall keine Rolle. Wichtig ist, von hier, wieso geht das nicht mehr? Von unten bis oben ist die Höhe 1,18 Meter. Für die Kenner im Baurecht bis 90 Zentimeter brauchen wir eine Absturzsicherung nach innen. Innen geht es nämlich perfiderweise etwa 2,50 Meter tief. Das sieht man aber nicht, wirklich. Also gut, weiß ich nicht, ob man es sieht. Also jedenfalls 2,50 Meter tief. Und bis 90 Zentimeter, also wenn das niedriger gewesen wäre, hätte ich es sichern müssen. Das prüft das Gericht auch und kommt zu dem Ergebnis, es ist baurechtskonform. Und wir haben also keinen Verstoß gegen irgendein öffentliches Gesetz, gegen das Baurecht hier. Übrigens, ich habe den Aufsatz dazu geschrieben, vielleicht vor 6, 7 Jahren. Damals habe ich mir alle Bauordnungen angeguckt. Ich weiß natürlich nicht, ob sich in der Zwischenzeit was geändert hat. Damals haben alle Bauordnungen 90 Zentimeter hier vorgesehen. Übrigens, auch das ist abhängig von der Höhe. Wenn der Sturz noch niedriger ist, brauchen Sie noch mehr Höhe und so. Aber hier in diesem Fall eben 90 Zentimeter. Und so steht das in jeder Bauordnung, wie auch Nordrhein-Westfalen, außer Bayern, Baden-Württemberg. Was regeln die? Sie brauchen eine Absturz, nicht Absturzsicherung, eine Umwährung, eine Umwährung, wenn das erforderlich ist. Das ist eben wieder diese Deregulierung. Dann orientiert man sich aber natürlich an diesen Regeln, aber es ist nicht zwingend. Und 1984 fällt ein Kind hinein in diesen Brunnen. Es passiert aber nichts Schlimmes. Da wird die Fußgängerzone gerade errichtet. Ein Bauarbeiter hört das Kind, rettet das Kind. Der Bauausschuss und später der Stadtrat beschäftigen sich damit und beschließen, wir ändern nichts. Mit dem ersten Argument, das ist alles baurechtskonform und das ist zutreffend, das haben wir geprüft. Und mit dem zweiten Argument, das würde das Erscheinungsbild des Brunnen verschlechtern. 1989 stürzt wieder ein Kind hinein und ertrinkt. Angeklagt ist der Stadtdirektor der Stadt Steinheim. In Nordrhein-Westfalen gibt es heute keinen Stadtdirektor mehr, damals zweigleisige Verwaltung, heute eingleisige. Also wäre jetzt das Pendant hier der Bürgermeister. Und wir müssen in zwei Schritten vorgehen. Erstens, hat die Stadt eine Pflicht verletzt? Wenn die Stadt schon keine Pflicht verletzt hat, dann ist natürlich der Stadtdirektor raus. Wenn die Stadt eine Pflicht verletzt hat, dann müssen wir die Pflicht noch auf ihn herunterbrechen. Das hat dann eben zu tun mit der individuellen Verantwortung von irgendwelchen Mitarbeitern. Im Arbeitsschutz natürlich der Unternehmensmitarbeiter. Uns interessiert natürlich hier heute wesentlich die erste Frage. Hat die Stadt eine Pflicht verletzt? Und Sie ahnen es, auf welche Pflicht es in 99 Prozent der Fälle ist, dass der Fall ankommt? Verkehrssicherungspflicht. Der Stadtdirektor ist auch verurteilt, ich nehme es vorweg. Wir müssen also prüfen, hat die Stadt die Verkehrssicherungspflicht verletzt? Die Verkehrssicherungspflicht heißt es, tue alles Mögliche und Zumutbare, um Schaden zu verhindern. Wäre es möglich gewesen, den Schaden zu verhindern? Ja, selbstverständlich. Ich sage Ihnen gleich, wie der Brunnen heute aussieht. Und es ist zumutbar. Und jetzt sind wir wieder bei der schwierigen Wertungsentscheidung. Und übrigens, ich bespreche den Fall hier. Ich habe vergessen zu sagen, der Brunnen ist von 1854. Also damals natürlich baurechtskonform alles. Und er ist ja sogar heute noch baurechtskonform. Und insoweit ein sehr interessanter Bestandsschutzfall. Selbst heute dürfte er ja so errichtet werden. Es geht aber um die entscheidende Frage, muss ich etwas tun, was nicht im Gesetz steht? Und Sie ahnen es. Das sagt das Gericht. Mit den Worten, es ist übertragbar auf das Arbeitsschutzrecht. Baurecht heißt nicht, erfülle mich und dann denke nicht weiter. So heißt auch Arbeitsschutzrecht nicht, erfülle mich und dann denke nicht weiter. Sondern die entscheidende Formel ist, tue alles Mögliche und Zumutbare, um Schäden zu verhindern. Genau das ist die entscheidende Frage. Und das ist natürlich unterfüttert durch Baurecht, Arbeitsschutzrecht und was weiß ich welches Recht. Auch in der Straßenverkehrsordnung ist das natürlich so. Und dann steht aber vorne auch schon drin, wie auch in der Bauordnung, wie auch im Arbeitsschutzgesetz, tue immer alles Erforderliche. Also schon in diesen Spezialgesetzen steht, dass er immer angedeutet. Und dann sagt das Gericht, allein diese Einhaltung des Baurechtskonformen reicht nicht. Ich muss alles Zumutbare tun, um Schäden zu verhindern. Und jetzt gibt es ein Argument, was dafür spricht, dass es zumutbar ist, mehr zu tun. Welches? Es ist schon mal was passiert. Bitte nicht missverstehen. Das Arbeitsschutzrecht ist nicht so angelegt, dass Sie warten, bis was passiert und dann gucken Sie, was ich tue. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, jetzt, so übrigens auch beim Aufzugsfall. Wenn das schon mal passiert wäre, dann muss man ganz genau und seriös nachgucken. Und nachdenken und darüber entscheiden. Und hier hat es das Gericht natürlich sehr einfach und sagt, da ist doch schon mal was passiert. Es ist nur eine Frage des Glücks gewesen, dass da nichts passiert ist, dass der Bauarbeiter da in der Nähe war. Und da 2,50 Meter tief und übrigens im Zentrum der Stadt, da warten die Schüler auf den Bus und dann übrigens sind da Fische drin. Und dann steht alles in dem Fall. Und die legen sich da auf diese relativ breite Brüstung, habe ich vergessen zu erwähnen. Die legen sich da drauf und gucken da rein und so weiter. Also selbst wenn nichts passiert wäre, hätte man durchaus schon zu dem Ergebnis kommen können, nee, das reicht nicht. Da muss ich mehr tun, als nur das Baurecht einhalten. Und das Ganze ist dann, das ist die Pflichtverletzung. Jetzt will ich nur der Vollständigkeit halber es herunterbrechen auf diesen Stadtrat. Er hätte das auch erkennen können. Es ist ja schon mal was vorgefallen. Und es ist ihm auch vermeidbar, übrigens heißt Fahrlässigkeit immer, wenn Sie genauer einsteigen wollen, Erkennbarkeit, Vermeidbarkeit. Niemals können Sie für etwas verantwortlich gemacht werden, was Sie nicht erkennen konnten. Aber bitte genau lesen, da steht nicht erkannt, sondern erkennbar. Wenn da stehen würde, erkannt, können Sie die Augen schließen, nach Hause gehen. Das kann natürlich der Gesetzgeber nicht akzeptieren. Deshalb sagt er erkennbar. Und erkennbar ist ein schwieriges Werturteil. Sie müssen eben nachdenken. Und vermeidbar, naja, wenn wir jetzt ihm individuell was vorwerfen, müssen wir ihm natürlich individuell sagen, wie er das verhindern könnte. Das ist das Schwierige übrigens auch bei der Verfolgung individueller Unternehmensmitarbeiter nach einem Arbeitsunfall. Weil wir individuell diesen Mitarbeitern sagen müssen, was sie besser hätten machen müssen. Das ist manchmal nicht ganz einfach. Und hier, wir wollen kein Gemeinderecht machen, hätte erst mal übrigens sehr interessant für Verantwortungskultur. Das ist auch ein interessantes Thema, von wegen, das Recht hat nichts mit Verantwortungskultur zu tun. Da steckt unfassbar viel drin an vermeintlich fast weichen Elementen, die dann zu einer Verurteilung führen. Da sagt das Gericht, ja, du musst doch nur argumentieren. Diese Befugnis hast du doch, oder? Dann musst du dich vor den Stadtrat stellen und sagen, sag mal, ihr habt sie nicht mehr alle. Wir müssen jetzt was tun. Das kann ja wohl jeder Mitarbeiter. Steht übrigens auch im Arbeitsschutzgesetz drin, Paragraf 15. Und das ist ein vermeintlich weiches Argument, was zur Verurteilung führt. Und dann gibt es natürlich noch was Härteres. Er hätte beanstanden können. Das ist eben dieses kommunalrechtliche Beanstandungsrecht. Und er, Sie ahnen es, jedes Recht ist auch eine Pflicht, wenn die Sicherheit es erfordert. Also muss er beanstanden. Das wirft das Gericht ihm vor. Ich fasse zusammen. Bestandsschutz hat seine eigentliche Bedeutung im öffentlichen Baurecht. Schon im Emissionsschutzrecht nicht mehr so sehr. Und im Zivil- und Strafrecht gilt letztlich nur Interessenabwägung. Und da geht es um die Verteidigung gegen eine Behörde, die kommt und sagt, jetzt rüste mal hier nach. Oder mach was. So war der Brandschutzfall, den ich jetzt leider heute nicht besprochen habe. Aber ist auch schon in diesem öffentlichen Recht, im stärksten Bereich, was den Bestandsschutz angeht, eingeschränkt. Bei Gefahren für Leib und Leben. Hat eine geringere Bedeutung im Zivil- und Strafrecht. Weil es auf die schwer bestimmbare Zumutbarkeit ankommt. Tue alles Mögliche und Zumutbare, um Schäden zu vermeiden. Natürlich wird das öffentliche Recht herangezogen. Das lässt dir aber gerade, wenn die Betriebssicherheitsverordnung zum Beispiel einschlägig ist, viele Fragen offen. Und sagt ja eigentlich auch nur, mach eine Gefährdungsbeurteilung, eine Interessenabwägung. Also kann man daraus nur sagen, wenn der Verschuldensvorwurf, also du warst unsorgfältig, du hast etwas Zumutbares nicht getan, trotz Einhaltung der Gesetze oder Normen im Errichtungszeitpunkt gemacht wird, sollte man sich nicht nur mit dem Argument verteidigen, lass mich in Ruhe, ich habe Bestandsschutz. Die Anlage habe ich damals errichtet und damals war sie okay. Sondern mit dem nicht rechtlichen, sondern technischen Argument, dass das heute sicher genug ist. Das ist die entscheidende Frage. Natürlich spielt der Bestandsschutz dann im Hintergrund als Zusatzargument eine Rolle, aber es ist nie das alleinige Argument. Also wäre die Lösung, ich sage heute noch ausreichend sicher, obwohl alt. Ich sage aber nicht seinerseits gesetzeskonform, lass mich in Ruhe. Das geht nicht. Oder wieder in anderen Worten, begründet werden muss die aktuelle ausreichende Sicherheit. Nicht die frühere Gesetzeskonformität, die natürlich im Hintergrund wirkt und die ich vortragen würde, ohne rot zu werden und zwar auch mit aller Kraft, aber die nie alleine das Entscheidende ist. Das war's. Vielen Dank fürs tapfere Zuhören. Gerne Ihre Fragen.